Und drück jetzt nicht irgendwelche Tastenkombinationen. Nein. Wegen der Map, ne? Genau. 1, 2, 3 Artis. Wie stehe ich mit dem Heavy hier Artis safe? Das habe ich noch nie rausbekommen. Gar nicht. Gar nicht. Eigentlich zwischen die Häuser, aber es ist auch Schwachsinn, wenn sie von rechts drücken. Du kannst höchstens, du darfst nicht über den Berg fahren, du darfst an der Schräge. Ja. Dass der Winkel kurz ist, ne? Ja, da haben sie echtes Problem. Wobei die haben, FV haben die ja bei, die schießt ganz schön steil. Also die kann auch gut hinter Deckung schießen. Ja. Obwohl, die haben nicht viel. großartig müssen wir halt rum. Ja. Und wenn wir innerhalb einer Minute durchdrücken, dann kann die große Wetscher da nicht mehr auf uns schießen. Ja, aber unsere linke Seite wird verlieren. Wir haben da ja gar nichts. Ein Zend, ein E1. Das war's. Henning, du musst auch aufpassen, wenn du da oben durchdrückst. Da muss irgendwo noch der Rheinmetall-Wiederboss hier stehen. Der macht outschen, wenn er das... Bleib du mal zurück, Henning, erst wenn wir was aufmachen. Genau. Ich will da vorne in die Kuhle. Ich hole da unten. Na komm, schieß weiter bitte. Sehr schön, ich schieße auch auf ihn. Schnell doch mal. Ich bin am Nachladen noch. Ich bin am Nachladen noch. Rum, 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 rum. Der IS-3 steht. Check. Hat repariert. Wir müssen aggressiv jetzt. Ja. Drei Sekunden. Komm von der anderen Seite. Ich hab daneben geschossen. Gewounced. Achtung, ich geh drauf. Achtung, ich geh drauf. So, jetzt geh auf den Rheinmetall. Was ist das denn? Oh, brenn, du Arsch. Die sind ja noch Free Damage. Äh, ist schon tot. Oh, Henne. Oh, sorry. Auf der Artie oder was? Nee, das sollen die anderen machen. B-54 hieß hier vorne nach vorne. Ja, aber der Hill ist voll. Mit Leo, Badshed, Arm-X. Das ist ein guter Sniper. Okay, die sind da rechts. Jetzt haben wir kein Löch, super. Jetzt stehen wir hier wie die Ölgotten. Offen. Bleib safe. In dem Wort, lass sie nicht ziehen vom Spick. Die warten nur drüben. Da, Arm-X-30. Daneben. Sehr schön, Gerrit, Gerrit. Geiles Teil. Pass auf, der WZ. Nee, und der Tiefen guckt sich. Auf! So, ich kann ja ein paar fressen. Ich drück vor, ihr snipert. Ja, also ich versuch den Spick dann noch rauszuholen, irgendwie. Nee, nee, mir helfen bitte. Du musst mich decken. Okay. Da ist der erste, Badshed. Was hab ich gekriegt. Ich bin gekettet. Check. Nur noch, Arm-X. Ist schon doof, wenn man nicht durchkommt, ne? So, ich mach wieder Licht. Da habt ihr schon mal den ersten. Sehr schön, wenn man das auch war. Könnt ihr jetzt auf dem Arm-X gucken oben und die Badshed? Arm-X seh ich nix. Nee, ich mach sie jetzt auf. Seid ihr dann einge-aimt, so mein ich. Ja, 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 ja. Gut, weil ich bin offen. Also, Leo. Offen. Badshed. Amx-30. Beide von hier. Von wo? Ich seh die nicht. Ich seh gar nix. Von rechts? Okay, super. Da wo die, äh, 58. Das jetzt mal geschlossen ist. Jojo. Ich mach nur Licht. Was haben die jetzt noch? Amx und Badshed, ne? Sehr schön. Seid ihr eingezielt drüben? Ja, ja. Da ist der Erste. Sehr schön. Sehr schön, Henne. Jetzt hol ich mir die Badshed. Ich scoute meine IS eben. Krass. Bin nicht offen. Ich bin offen. Du bist offen. Ich bin offen. Ich bin auch offen. Check. Dann steht er hier am zweiten Hill. Ein Aim. Ich bin gleich bei ihm. Da. Boah, Gerrit. Geiles Ding. Snapshot. Sehr schön. Geiles Zusammenspiel. Ja. War ein schönes Rennen. Deshalb meine ich ja. Weißt du, schuld, dass ich da jetzt gebremst habe mit dem Spick. Ja, nee. Aber wenn ich scouten gehe, weißt du, dann ist ganz gut, wenn ich zwei Leute habe die Deckung geben. Endlich normale Leute. Guck mal hier. 3,9 Henne. 2,1 Nimrod. 3,1 ich. Ey, geil. 40.000 plus in nem 10er. Krass. 30.000 plus gemacht. Ich hab keinen einzigen Coin Schuss abgegeben. Ja. Hab ich nicht gebraucht für die Papppanzer. User joined your channel. Moin. Moin. Gleiches Spiel wie vorhin? Jo. Moin. User left your channel. Ja, jeder nimmt wieder seine Kuhle. Mhm. Ich mag meine Kuhle. Kann aber sein, dass wir diesmal gleich drücken, weil die nur ne ES4 haben. Das Einz, wo ich Schiss hab, ist der Kinderwerfer. Ja gut. Wenn der einmal geschossen hat, dann musst du sagen, kann ran ran. Er wird schräg rauskommen. Versucht ihn zu ketten. Also einer. Ja. Frontal antun, kann er den was mit Volleck geben. Mhm. Ist auch komisch. Immer wenn ich den spiele, geht alles durch, spielst du gegen andere, abpraller. Mhm. Wobei manchmal hast du auch echt das Glück, dass du so ne Gefechte hast, wo du ähm, wegen zwei Guerille und zwei Jagdpanzer eh fährst. Und die schießen jeweils einmal und alles abpraller. Und dann hast du wirklich schön. Bei uns Schaden. Das ist schön. Und die Grillen kannst du Wonshoten, oder? Mhm. Ja. Wenn du Glück hast, ja. Du musst aber Goldmurmel reinhauen. Die Hashmu. Ich mein, ist das mal eine Lade, ich kacke. Ah, das ist jetzt kacke. Diesmal aber kein, der, die oben da auffällt. Ne. Aber wir kriegen unsere Deckung hin. Ari ist ja auch nicht im Spiel, das ist also egal. Oh, T34 Block nicht, bitte. Ich brauche noch ein Minütchen. Ich brauche noch ein Minütchen. Alter, T34, ich schwöre dir, ich baller dir in den Arsch. Henne. Ich schwöre. Ich schwöre dir, Digga. Oh, ich schwöre. Gott, ist das ein. Ich mein, die haben ja nur eine IS-4 unten, denkst. Au. Au. Können wir schon rumdrücken, oder was? Kettet. Boah. Jawoll. Gleich Moonlager. Aber gleich. Machst du mich von hinter dir? Und rauf, 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 rauf. Nur aufpassen auf den Kinderwerfer. IS-3 hart. Ich geh wieder einen vor. Oh man, ey. Bin gebounced. Nächster Schuss, bitte. FV ist hinten. Wir können hier komplett durchdrücken. Komm, komm. Die kommen ja bei uns gar nicht durch. Der ging nicht durch. Ich kümmer dich um die IS-4. Ich mach die IS-3. Ja, 3, 2. Natürlich, Amoreg. Ja, ja, hat er auch schon bei mir. Der hat ein Board drin. Ja, der hat ja. Wo haben wir jetzt abgelucht? Ich hab mein Red Kit schon gezogen. Ganz schnell durch die Mitte wieder zurück. Ja, verstanden. Ich hab 23 Sekunden gelogen. Alles klar? Du hast auch einen Kanal. Du bist auch ein Teil. Geh weg vom T-34 bitte. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht was der laufen hat. Auf jeden Fall ist er besoffen. Na, Gott, komm. Pass auf, der FV wird uns hier erwarten. Alter Schuss. Halt. Wo ging der Schuss denn hin? Ich hab noch 20 Wie lange ladet der? Auch 20 so, ne? Knapp 30 Sekunden 30 Sekunden So, ich hab noch 10 Oh, was machen die denn da oben, ey? Grille hinten Ja, ich gucke drauf Wer schießt denn auf mich? Seid ihr besoffen? Der V hat geschossen Schießt mit AP Oh, ich krieg von hinten rein mit Halt Ja, 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 dreht euch auch Hast du ne HE drin? Nee Grille hat Lad noch 20 Oh, 6 lass ich ihm stehen, ey Hilfe, E50 drückt Ich hab noch 10 7 So Schön Ah Äh, war spät Boah, verdammte Scheiße Geh safe Ich muss hier mich noch im Moral mit Halt Ja, mach das mal Ja, mach das mal Ich kann ihn one-shotten In 7 So, Grille Magst du hochkommen? Komm, ich komm, ich komm Ich komm, ich komm Ja, ja Halt durch! Ich halte durch! Soll er guckt hier auf den aufhören Soll er guckt hier auf den aufhören Hänne, nicht vorfahren Ja, ja Ich guck Ich, äh, lock ich Der Kännerwerfer raus, ja Ja, der Kännerwerfer raus Okay, Grille kommt hoch Lässt sich wieder fallen 450 hinter Gerrit Badshed, 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 Badshed Bounce Hänne, guck zur Badshed bitte Ja, tot Ja, ich auch Aber er kommt doch nicht mehr weg Nö Das ist aber süß jetzt Ach jo Haha Oh, die ist weg Guck mal Alter, was für Mongos da oben, ey Scheiß drauf Ah, jetzt schieben sie deinen Wrack weg Nee Doch, mach recht Ist immer noch ein Stück Ach so, ja Jetzt siehst du es auch Und es wackelt immer noch Klappt aber irgendwie nicht, ne? Wackelt immer noch Guck, guck Wie geil Das wäre ein Video hier für Dennis So, Akte X Musik Ah, dass er auf einmal verschwindet Weißt du, du hast ihn in den Berg reingedrückt Oh, äh, oh Gott Oh, jetzt hat mein Panzer gewackelt Ja, dann ist er vorbei an dir, oder? Ich glaube, sie haben es auch gegeben Nee, nee Kann uns anders Ach, die Wetsche, die Frau ist verdammt Das wäre es jetzt aber gewesen Das ist die Frau, die Frau ist aus dem Berg Ja, die Frau ist aus dem Berg Das ist die Die Frau ist aus dem Berg Und dann ist er Was ist das? baby punkte jetzt für die effizienz nämlich im klaren bewirbs fragen wir was für eine effizienz hast du scheiß auf wna er hat überlebt er wird jetzt schreiben ich habe 3000 schaden gemacht wie leider gemacht aber mein team war so kacke 1 6 hat er gemacht so er hat geschrieben dass wir idioten das schwarze wolfsrudel ist ein deutscher warte mal das muss ich mir mal gucken wo ist er denn ist kein scheiß spieler du hast ja glaube ich XTE ne ich nicht ne ich hab gar nix mehr drauf ich auch nicht ich spiel auch vanilla ist irgendwie besser ne vanilla spiel ich nicht hab noch mods ne hier drei reihen in der garage und in-game WN8 will ich immer wissen äh WN8 interessiert mich eigentlich herzlich wenig äh mich schon ich will unbedingt hoch da bin ich ein arbeitskollegen und der ist ja so heiß drauf du boah ich auch äh gleiches spiel wie vorhin ich bin noch nicht drauf hatte jup keine arten mh ne doch ja ja dann pushen wir hier durch geradeaus mach ein kurzes spiel die haben eine IS-7 eine Batchett was haben die an TDs äh den Streetwagen 103B zwei Ferdys den 9er und den 10er und drei Ferdys und Jagdpandad 2 und ein Feinmetall wollen wir links drücken oder rechts echt über den Hügel lass uns links durchfahren mal was anderes ja lass mal probieren ich hab das noch nie gemacht das ist einer von euch schon mal gemacht hier links komplett durch äh ja du musst ab der Hälfte des Wassers musst du runter ins Wasser ja dann mach ich bin wirklich gerade der Schnellste na probieren wir es mal YOLO oh ich bin offen aha also ja denk daran da werden dann hinten so ein TD stehen oder so ja aber man da ein Ferdys zum Beispiel noch ein Ferdys, oh Gott die zerrecken hier aber elendig ach nix zu mir die Ferdys können wir einfach oben durch Ballern eigentlich der hat nur 200mm oh wenn ich treffen würde ja pass auf, pass auf, pass auf ja genau auf ne ich seh nix von dem wollen wir hier nicht drücken kannst du nicht, kannst du jetzt versuchen von hinten rum ranzukommen da an die Batschatt dass die weg ist aber auf ja aber dann steh ich ja auch da im offenen Feuer jetzt stehen wir hier behindert ja ok wenn die beiden Ferdys raus sind dann können wir drücken ne ha der ging voll durch ihre Panzer um ja ja obwohl das wär geil für meine Mission hier ja der erste Ferdys raus ja so und dann gehts erstmal gleich auf den Batschatt, der muss raus da, der nervt auf die Plätte Ferdys fertig ich bin nachgeladen und los kriegt ihr das zu zweit hin? ne ho ich komm fertig ich bin nachgeladen und los so und jetzt war er und wo soll ich ins Wasser? ab der du kannst warte du siehst an der Seite siehst du schon ein bisschen Land und entstest da ist nirgends wo Land ne du musst durch ein bisschen durchs Wasser musst du schon durch das geht jetzt runter 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 geh runter uuh kalte Füße na schafft der alte Mann das? ja ja der alte Mann und das Meer noch mehr so meine Kanone ist im Arsch Ferdi hat echt? was jetzt echt? ja ne Kanone ja so meine im Arsch ey ich hab grad ne Bounce Mission laufen soll ich die jetzt mal durchziehen? na komm raus wie viel brauchst du? ich brauch noch 4000 Schaden ach locker ja dann bleib ich hier stehen ne ach ihr nehmt die aber raus dann ist doof ja natürlich nehmen wir die raus auch Damage ne ernsthaft lass mich mal ein bisschen hier so wir wickeln 45 3000 noch könnt ihr die am Leben lassen? ne ne schlech ach komm du wirst uns runterschießen lass die mal leben oh ich bounce einer naja geh hier vom scheiße vom Bübel ne komm ich brauch noch Dings 1 8 könnt ihr die bitte leben lassen? boah du ich treffe eh nix wieder ganz ja ich auch nicht bitte mach mach 1 8 das war's ne kritische treffen nicht er zählt nicht und Streetswagen kannst raus den treff ich nicht irgendwas schiebt mich hier irgendwas schiebt mich hier ja der Conquerrera-Dings 1 4 noch ach der lebt ja immer noch boah hennel Entschuldigung jetzt hab ich die Kanone zerschossen oder was? ach die war schon kaputt alles gut immerhin Blocking-Games hab ich geprägt so ich brauch noch 1000 Blocking 1000 Blocking Leute bitte ja dann fahr vor ne der äh Streetswagen nervt ja warte ich schiebe jetzt ok warte warte 5 4 5 8 200 noch Kette verloren wir sind bewegungsunfähig Kette wurde getroffen 200 200 ja aber ich bin wahrscheinlich vorher raus so wie es aussieht kann mich einer blocken bitte ganz schnell danke super Hände so wir brauchen jetzt einen Stein rechts von uns Nimrod komm zurück komm zurück boah leck mich ey und raus Trickswagen steht hier oben da steht er hm immer noch aber der geht ja auch nicht auf ne der wird doch die ganze Zeit nicht aufgeben das aß ja hallo E50 ne komm ich nicht dran na jod nein ich bin gestorben fuck 200 haben mir gefehlt ich treff die Ketten ich krieche Krise aber was macht der T10 da? das Spiel geht auf meine Kappe macht nix aber trotzdem war trotzdem lustig Little Hitlers ok dafür gibt es einen Report den T44 bitte reporten ja und auf Igno auch gleich so oh alter diese Kanone ist sie kaputt ist sie für eine Art oh oh naja ja das hab ich versaut weil ich meine Bounce Mission schaffen wollte bloß dieser scheiß Streetswagen ey das ist so unter das geht gar nicht mit diesen Tarnwerten weil den E25 zum Beispiel den haben sie auch genervt ganz klamm heimlich hm ich weiß nicht das sind immer noch die besseren vor allem der T44 hat sich hart weggewäßt warte mal den Schreiben hier den müssen wir jetzt ach krass lass mal trotz Verlust also Niederlage trotz fuck you Jesus Clan wer ist denn Ben 72 Ben 72? wen haben wir denn da? das ist äh der Ferdinand null damage von denen ich bin immer noch he auch mich hat er auch mal geschrieben ja gut ja dann lol tomato uninstall cheats kurvo unfaire spielweise links hier äh und Igno beide dann ist Ruhe seinen Clan Kameraden gleich mit so 200 scheiß damage haben mir gefehlt für ein Bouncer ach 60 oder was ja nee hier T55 object 260 ey ich kann Heavy gar nicht spielen jetzt seitdem ich hier wieder angefangen habe Heavys zu spielen komme ich langsam rein ja aber ich guck halt zu wie die grinden ihre Heavys auf die dritte Gun Mark und so merke ich mir die Position alle schon wieder der Schall fuck you Cheater Dingsbums Klanu ja genau Kurva Kurvo Kurve das ist ne weibliche Kurve Kurvo Kurva Wolski was sollen wir denn cheaten dass wir undurchdringbar sind oder was ja was erwartet der beim Tierachter muss er schon vor allem selber null damage machen ne ja da muss er schon Gold investieren ja der hat ja nur auf der Fresse gekriegt ich hab ja wir haben schön oben in die Kante reingeschossen ja ich auch vor allem vor allem ich hab auch fünfmal daneben geschossen wenn ich ihn irgendwann mal getroffen hab ja du bist ja auch ein ein Cheater du hast den Anti-Aim-Bot ja Tempe ist ein Cheater-Clan wusstest du das nicht vor allem wir haben so viele die Youtube-Channels haben Stream wir spielen extra gleich weiß ich ja wir können ja mal alle den Switch-Link von Markus schicken ja nachher wird er noch richtig getrollt naja stimmt das wär kacke tvp zieht durch oder nicht zieht nicht durch ich zieh durch wollen wir mitkommen oder was joo joo jolo oder wollen wir ihn im Stich lassen noch Skillladen für den Typ 5 schwer auf den hab ich gar keinen Bock ne ich auch nicht die Batschers sind oben turbo 3 x zieht schon durch ich zieh mit ja super dabei ich muss aber raus scrollen ich muss einen Weg finden ich bin hier immer elendig also nein Youtube bin ich nicht ja ich hab gefressen ja das ist noch einer hilfse hilfse ich geh auf den E5 ja da bin ich auch drauf ich hätte aggat mal den Hügel hoch ahhh fuck ich trank hier ihn ich trank hier ihn GUMMEL ach krass er kommt durch mit AP heftig wir müssen auch gleich wieder umdrehen oh ich bounce ich bin auch gebounced Batchett hat er treibt uns camp pass auf Jason ich mach hier fechten ja Batchett hat nochmal ich muss schnell mein Ladeschütz und reparieren so mein Reppett ist weg in Cap oder wo holst du hin boah in Cap nein ich muss hier ey ich hab grad mit Arti zu tun wir müssen zurück guck mal an die sind alle tot schon wieder der Typ 5 ist afghane egal guck mal unser Cap an das ist viel wichtiger boah ich bin zurück scheiß auf den Typ 5 schwer ey die Batchett jede Kugel auf mich was soll denn das ich hab auch schon 700 gefressen ich hab auch schon 700 gefressen ja dann haltet euch erstmal zurück ich bin nur full HP können wir nicht YOLO wir sind schon drinnen hat er den jetzt endlich draußen nein noch nicht aber die beiden Batchett ja ich bin davon ausgegangen dass du wie gesagt direkt zum Cap fahrt ne das wär ja lebensmüde Wie, der darf nicht penetrieren Na klar, du bist ja seitlich Ach, papier doch Ah, du Lauch Aim doch auf ihn, was machst du? Ja, ich war im Reload So Ich war im Reload und wollte noch einen auf der Wettstatt geben Ich wäre eh rausgegangen Ich habe 937 Schaden, krass Ich habe auch nur 1,6 Das ist eine scheiß Idee, ich hasse die Stadt Ich komme da nicht klar FeelsBatman Irgendwas sagt mir der Name Vom Terms Wir haben es nicht geschafft, die Batscher da nicht rauszukriegen Ja, wie sollen sie das denn machen? Naja, aber die sind doch da durchgejogelot Die haben einfach auf den Kopf Ne, unsere Seite hat komplett verloren Rechts Da ist doch noch der arm X ist da noch durchgezoscht Und der T-54 Light von uns Okay Ach so, der Skoda TVP 50A51 Und die haben natürlich, wie es so typisch wieder ist Einfach auf dem Heavy 5 gehalten Anstatt erstmal die Ari zu suchen Ach so, ja, das ist doch cool Ja, das meine ich immer Das hatte ich vorhin, bei der Ari hatte ich das genauso Hast du dann gemerkt, der eine Jagdpanzer E100 war AFK Der ist dann einfach, weiß ich Beim Fahren ist er wohl aus dem Spiel geflogen Und ist irgendwie ein Hank da hochgefahren Und stand da So, und dann statt auf die anderen zu gehen Grille und was da nicht Nein Erstmal safe and kill Ach, das macht's dann Was machen die denn, ey? Henne? Warte sofort Warte sofort